Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Woche Geek Talk Daily, heute am 21.10.2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 486. Wer es noch nie mitbekommen hat, heute ist Montag, die Woche beginnt. Meine Themen, Bird, iPhone XR, e-tron, OnePlus, Mond und Huawei. Ich beginne mit Bird. Bird ist ein amerikanisches Unternehmen, das e-trottinetz verleiht. Das Ganze hat, wie gesagt, in den Staaten begonnen, hat sich dann ein bisschen ausgeweitet und war bis jetzt in vier Städten in Europa tätig. In Paris, in Brüssel, Antwerpen und in Wien. Und seit letzter Woche, Ende der letzten Woche, ist man auch in Zürich vertreten. Das heisst, man kann für relativ wenig Geld, also ziemlich genau gleich viel, wenn man mit den ÖVs reisen würde, sich ein E-Bike, eben nicht ein E-Bike, sondern ein E-Trottinett anmieten über eine App, es benutzen, es da abstellen, wo man möchte und einfach wieder weitergehen. Das grosse, was gross anders ist, was wirklich anders ist, als bei den ganzen Bikes, die man in den letzten Monaten, respektive zwei Jahren immer wieder gehört hat, Die Dinger, also die Bird-by-Trottinetts, die werden am Abend eingesammelt, gepflegt, geputzt und dann im Laufe der Nacht wieder ausgestellt, sodass man es am Morgen wieder nutzen kann. Ich bin ganz gespannt und werde mir auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ich in Zürich bin, eine Stunde oder so Zeit nehmen, um mit so einem Trottinett rumzufahren. Aktuell sind es 60 Trottinetts, die in der Stadt Zürich verteilt sind. Das sollte sich aber ändern und ja, wir dürfen gespannt sein. Habt ihr sowas schon mal genutzt? Ich glaube, der Jan, der war mal mit so einem Teil unterwegs. Ich habe schon zwei, drei kleine Versuche gemacht, nicht mit einem Sharing-Ding, sondern einfach mit einem E-Trottinett. Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder drauf. Am letzten Freitag auch noch hat gestartet der Vorverkauf vom iPhone XR. Der Achim hat, wie ihr ja vielleicht in der Geek-Talk-News-Folge gehört habt, zugeschlagen und sich ein solches Teil geordert. Wie ist das bei euch? Habt ihr bei einem anderen Modell zugegriffen oder hier? Gleichzeitig ging ja letzte Woche auch das Huawei Mate 20 Pro und das Mate 20 in den Verkauf oder besser gesagt in den Vorverkauf. Da gibt es interessante Bundles. Hier in der Schweiz, ja, könnte anders sein. Zu dem Telefon, Fixpreis von 999 Schweizer Franken, gibt es die Huawei Watch GT, also die neue Sportuhr von Huawei mit obendrauf, bei euch in Österreich. Da ist es doch deutlich spannender. Da gibt es noch zusätzlich, ich weiss nicht mehr genau, was es gewesen war, irgendwas plus. Aber das zweite war so die neue Speicherkarte, eine 128 GB NM-Speicherkarte mit obendrauf. Und bei euch in Deutschland ist es sogar so, dass ihr irgendwelche Amazon Alexa-Produkte da obendrauf zugeschmissen bekommt. Da hat mir das Angebot vom Frühling mit dem Huawei P20 besser gefallen. Da gab es bei uns in der Schweiz Bose-Kopfhörer. Dann gehen wir weiter zu einer der Firmen, die in den letzten Jahren doch immer wieder gelacht hat. Und wie habe ich doch von vielen Audi-Mitarbeitern, aber auch Mercedes und sonstigen Mitarbeitern gehört, wie unfähig dieser Herr Elon Musk doch sei mit dem, wie nannten sie das Ganze, Produktionshülle und auch die ganzen Medien, die darüber berichtet haben. Und einer hat den anderen übertroffen und sich lustig gemacht. Und ja, wie schaut es jetzt aus um den erst gerade kürzlich vorgestellten e-tron, der SUV von Audi? Die haben Softwareprobleme, womit sich das Ganze in der Produktion um Monaten verzögern könnte. Es könnte sogar sein, dass man nicht mehr im Jahre 2019 ausliefern kann. Und wenn das passiert, dann lache ich aber ganz laut über Audi. Und ich mag es denen sowas von gönnen. Es tut mir leid, liebes Audi, aber wenn man laut lacht, dann sollte man auch einstecken können. Gleichzeitig wird auch der Preis für die SUVs teurer, denn LG nutzt aktuell seine Marktmacht aus. Sie sind die einzigen, die die Akkus in der Menge und der Größe liefern können, die diese SUVs benötigen. Und anscheinend sollen sie bis zu 10% hinaufgegangen sein mit den Preisen. Das mag Audi nicht, würde ich aus Kundensicht auch nicht mögen. Aber eben, der die Dinge hat, der befiehlt den Preis. Jetzt dürfen wir gespannt sein. Dadurch, dass sie Softwareprobleme haben, können sie noch 2-3 Monate länger streiten mit denen von LG. Wir werden es sehen. Dann gehen wir weiter. In der nächsten Woche, doch, nächsten Woche, am 30. findet da der Apple-Event statt. Da werden neue iPads und neue Macs wahrscheinlich auch gezeigt. Wer weiss vielleicht sonst noch ein bisschen was. Und da hat jetzt OnePlus sich gemeldet, denn die hatten an dem Tag auch einen Termin, wo sie neue Phones vorstellen wollten. Und jetzt haben sie wahrscheinlich Angst, oder besser gesagt, sie haben es ja auch so ausgedrückt. Da am gleichen Tag wie Apple was vorstellen, das müsse man nicht, das wollen sie nicht. Anscheinend sind sie von den eigenen Produkten nicht so überzeugt, dass man denkt, dass die lieben Journalisten, Technologisten, sie nicht zwei Beiträge schreiben könnten. Schade, dass man heutzutage immer noch so Angst vor Apple haben muss. Man könnte ja eigentlich einfach hervorstehen und eben das genau extra machen. Oder wie soll ich sagen, genau deshalb an dem Tag machen. Aber ja, wir werden es sehen. Der künstliche Mond. In China möchte man in der Stadt Chengdu, wenn ich es richtig aussprechen kann, auf Strassenlaternen verzichten. Und wie will man das machen? Nee, es soll nicht einfach dunkel sein in der Stadt, sondern deutlich heller. Man schießt ein Satellit ins All mit irgendwelchen Spiegeln, die dann während der Nacht Licht auf die Stadt bringen sollen. Finde ich ziemlich unschön, rein schon für die Natur, sprich für die Vögel. Für die ist ja dieser Lichtsmog schon nicht wirklich sinnvoll, wenn da jetzt noch deutlich mehr Licht. Und da sprechen wir irgendwie, glaube ich, von zehnfachen, irgendwie, in dem Drinks herum, ist das Ganze zehnfach mehr Licht, das da in die Stadt gehen soll. Das tut den Tieren nicht gut und der, ja, Natur generell nicht. Aber wir werden es sehen, was die Chinesen da noch so alles tun. Zu guter Letzt, wir bleiben in China, bleiben bei Forschung gehabt. Huawei, die bringen auf Ende des Monats, also am 26. ein neues Gadget auf den Markt. Das sieht ein wenig aus wie ein Wireless-Charging-Pad für das neue Mate, das es ja endlich jetzt auch kann. Aber es ist kein Charging-Pad, zumindest nicht in Wireless-Form. Man kann daran ein Smartphone anstecken. Aktuell sind das nur die Mate und Mate 20er-Serie. Und wenn man es ansteckt, dann beginnt das Gadget, die Daten abzusaugen, sprich Fotos, Dokumente und alles Mögliche, was ihr da drin habt. Es macht ein Backup, ein lokales Backup, das nicht in die Cloud geht. Ein Gadget, was ich mir schon ganz, ganz lange von Apple zum Beispiel und auch von anderen Herstellern wünschen würde. Dass man eben, Apple, wir haben hier Time Machine für macOS, da hätte ich schon ganz, ganz lange auch was für zu Hause in eben so einer Form. Und Huawei bringt das jetzt, möchte es dann aber später auch ausbauen, dass noch mehr Modelle davon profitieren können. Wir dürfen also gespannt sein. Und ja, wenn es bei mir irgendwann doch ein Mate noch gibt, werde ich mir das Gadget auf jeden Fall mal ein bisschen genauer anschauen. Weil eben, ich finde das sehr, sehr gut, ein zusätzliches Backup, nicht nur in der Cloud, sondern auch zu Hause zu haben. Das waren es die News, die ich heute für euch bereit hatte. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr reingehört habt. Ich werde euch jetzt durch diese Woche begleiten. Wenn ihr mögt, also morgen wieder reinhören. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen, euer Feedback. Ansonsten einen wunderschönen Start in den Tag in die neue Woche. Viel Erfolg und bis bald. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geektop.